Das ist ein ganz anderes Eishockey. Für das, was du eigentlich 52 Spiele lang hier arbeitest. Wichtig sind es seit des Jahres mehr von allem. Mehr Jacks, mehr Schüsse, mehr Hits, mehr Schmerzen. Es ist immer die schönste Zeit am Hockey. Die Fans in Rosenheim sind nicht nur Fans. Man merkt einfach den Zusammenhalt. Du kannst den Schritt nicht mehr machen, aber du hörst einfach, dass 5000 Leute schreien. Jetzt müssen wir zusammenstehen. Wir für euch, ihr für uns. So schaut's aus. So schaut's. So schaut's. So. 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 So.